Wir dachten uns, wir wollen einfach mal Danke sagen. Während wir gerade dabei sind, unseren Tag zu beginnen, seid ihr schon längst am Start. Danke, dass wir draußen unterwegs sein können, weil ihr für unsere Sicherheit sorgt. Ganz egal, mit welchen Problemen wir zu euch kommen, ihr seid immer für uns da. Danke! Danke, dass ihr für einwandfreie Funktionen sorgt und uns immer wieder aufs Neue antreibt. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Ihr kennt unser Fahrrad einfach am besten. Danke an alle Shimano Service Center.